Nicht entgegenreiten! Du stirbst, du Idiot! Was zum... Oh Gott! Das zerfetzt einen ja total! Ja, deine Wunden sind tief, dann verzieh dich verdammt nochmal! Er reitet jedes Mal wieder nach vorne, sobald er irgend so ein Trottel zieht und... ...nicht noch mehr. Ich weiß, dass ich hier kurz vor Mordern stehe, aber das ist übertrieben. Wir müssen die Wälder schützen! Hm, hm, hm... Hm... Äh, ja... Das sieht nicht gut aus. Ups... Das sieht überhaupt nicht gut aus. Und sobald die Elfen weg sind, habe ich ein Problem. Pfeile los! Wir werden unseren Mut verweilen! Unser Land wird belagert! Seid bereit, Bogenschützen! Ich hab zu den ersten Bogen mittlerweile auch, aber... Es... Es sind halt keine Berittenen, was soll ich sagen? Wir haben die Zitadelle verloren! Weiter, weiter! Die Festung wurde zerstört! Der Feind ist noch immer! Idioten! Doch nicht alleine ist weiter! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Dann bleib hinten, du vollen Idiot! Schrei drum, mein Ende ist nah! Was... Ähm... Was soll ich denn dazu sagen? Durchbohrt sie mit euren Speeren! Bringt ihn zum Einschluss! Kommt! 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 Oh, voll Idiot! Nächstes Mal lass ich dich verrecken! Er dreht jetzt wieder um! Hm... Sie haben angegriffen! Bleibt wachsam! Wie soll man den Ansturm denn überstehen? Das geht doch niemals irgendwie im Leben gut! Ich meine, die Bogies halten mir relativ viel ab jetzt, ja, aber... Ich kann doch nicht Sinn der Sache sein! Wir werden angegriffen! Reiter der Macht! Das kann doch niemals Ziel der Übung sein, oder? Wir müssen unser Land verteidigen! Klar sind Bogies wichtig in dem Krieg, aber... Die hier sind übertrieben mächtig und alles kann doch besser! Verteidig dieses Land! Verteidig dieses Land! Ich weiß, dass es im Normalfall anders abläuft, aber... Die haben halt irgendwie spezielle Fokussierungen bei den Menschen geben müssen, weil... Sonst wäre es halt blöd, wenn alles gleich ist! Das ist halt... Reiter der Macht! Ohhhhhhhhhh... Speer Träger! Deswegen sind wir zu stark gegen... GegenReiter! Oh, daher kommen die Hyper, hyper Sorry Ich mach's nicht unbedingt leichter, nein Oh, Mann Und da verschwinden die Rohren Verstärkungsdinger Ich brauch ganz dringend einen Trupp bauen Damit die das Ding Ich fass es nicht Das Böse dich aber auch nicht Wir werden angegriffen Seid bereit, Elben Wir müssen diesem Übel trotten Es tut mir leid Ich fürchte weder Tod noch Schmerz Kommt, Leute Wir müssen kämpfen Ich fürchte weder Tod noch Schmerz Ruf Verstärkung Wir müssen alle kämpfen Du müsstest vor allem mal reparieren, Alter Wenn die Stallungen fallen, haben wir ein Problem Also wir haben jetzt schon ein Problem Ich fürchte weder Tod noch Schmerz Wieso muss ich denn da rauskämpfen Ich fürchte weder Tod noch Schmerz Ich meine, es ist machbar, weil es dauert Ach, komm Ach, komm Ich hätte am Anfang die Truppen nicht opfern sollen Größter Fehler ever Auf dieser Ebene warf einst das letzte Bündnis der Elben und Menschen Saurons Armee nieder Und trieb sie zu den Hängen des Schicksalsberges zurück Gluck, 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 gluck Gluck So Alles rohieren Das heißt Gehöft, Gehöft Rüstkammer Brunnen Schießstand Stallung Nutzlose Turm 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 Schießstand kann ich aber nichts ausbilden Hier auch nicht Hier kann ich schon lange Zeit nichts machen Wir holen uns direkt hier unten dann Das Den Vorposten Hier ist noch ein Orkord Okay Das kostet mich der Spaß 600 Wird gekauft Hier haben wir auch nochmal was Und da oben ist halt auch nochmal so ein Orkord Und das ist halt quasi gratis Kohle Und die hätte ich halt gerne Also nicht nur quasi Das ist gratis Kohle Und danach muss ich wirklich sparen Weil Ich brauche Truppen Wo war das? Irgendein Weg entlang hier Hier was Gehöft kostet mich von 350 Dann habe ich es bald Ich stelle zurück zur Verteidigung Ähm Berittende Bogenschützen Habe ich ehrlich gesagt lieber Aber die kann ich mir zur Zeit Überhaupt nicht leisten Menschen der Rittermarkt Wir müssen unser Land verteidigen Das ist gerade etwas blöd Und zwar ziemlich Vor allem Sobald die Dinge antanzen Bin ich tot Wenn ich denn nicht vorher Oh Gott Als hätte ich es gewusst Zum Sieg Für den Imperator Äh falsches Spiel Für Rohan Was zum Haltet die Augen offen Oh hierin Hilfe Wir haben Mary verloren Unser Land Besinkt im Schatten Was sind das auch Jetzt mit Geräusch Oder ist doch Wie viele denn nicht noch Kann man das aufgeben Nur ins Hauptmenü zurück Yay Was mir eigentlich Spontan so einfallen würde Wäre Das ganze mit Gondor Zu spielen Ich muss schneller Bogen pumpen Das hat so keinen Sinn Ich muss wesentlich schneller Bögen pumpen Ohne Bogenschützen Habe ich hier keine Chance Auf dieser Ebene Warf einst das letzte Bündnis Der Elben und Menschen Saurons Armee nieder Und trieb sie zu den Hängen Des Schicksalsberges zurück Das heißt Wir fokussieren uns genau Auf die Und auf nichts anderes Wir bauen Drei Gehöfte Den Schießstand Und dann vorerst nur Truppen Lass die Orks nicht herankommen Und dann